This is a new self-video made production of BoatArt. World Novelies about the eccentric invention of 10 gold finger painting and saint painting. Das ist die neuste Video Eigenproduktion von BoatArt. Die Weltneuheiten des exzentrischen Erfinders über die 10 Goldfingermalerei und Duftmalerei. Wir führen heute ein Interview mit den kreativsten internationalen Künstlern vor. Und wir begrüßen, hier ist Attila Boat. Schön, herzlich willkommen. Oh mein Gott, was haben Sie denn da? Die Presse schreibt, Sie seien Herr Salvador Dali aus Transsilvanien mit 79 Teilnahmen an internationalen Ausstellungen in Moskau. London, Brunel, Frankreich, New York, Osaka. Zahlreichen Interviews verblüften Sie die Kunstwelt mit revolutionären Techniken. Ein Mix Ihrer kreativen Erfindungen, nämlich die der 10 Finger Goldmalerei und der Duftmalerei, wollen Sie uns heute vorstellen. Ja. Herr Boat, ist es für Sie heute Premiere, Ihren neuen Clou der Öffentlichkeit vorzustellen? Nein. Ich habe das schon mal vorgestellt im Bild-Brandhaus und da waren 350 junge Künstlerer vom HTK, waren Phoenix, die Fernsehsender und haben mir ein Interview genommen. Das war mein erster Vortrag. Da habe ich ein Bild gemalt, ein einziges Bild und das war sehr interessant. Wie viele Maltechniken haben Sie inzwischen entdeckt? Oh, vier, fünf, aber ich bin dabei noch mehrere zu entwickeln. Eine davon ist die Pointillismus, das ist eine ganz schwere Arbeit eigentlich, meine Grafiken, das ist meine erste Phase. Dann kamen die Aquarellen, die Aquarellen sind mit Pipetteln, Reagenzgläser und Kanülen gemalt und das sind faszinierende Blumen, Unterwasserblumen und solche schönen seelischen Blumen auch. Die andere Phase war das zum Beispiel diese Hollow Penting, da war ich auch bei RTL eingeladen, da habe ich vorgestellt das erste Mal und das war dieses Bild in New York. Das ist ein Mix, eine Mischtechnik und dann natürlich meine Duftbilder, die riechen auch wunderbar. Wow, also es duftet wirklich hier in Ihrer Galerie wunderbar. Ja, sagen Sie, wie kamen Sie auf diese außergewöhnliche Idee mit diesen Farbdüften zu experimentieren? Also die Farbdüfte zu experimentieren, das war wirklich ein Zufall und ich habe diese Fläschchen gekauft, ich habe meinen Raum ein bisschen süßer gemacht, ein bisschen bedüftet und dann habe ich festgestellt, dass ich konnte diese Essenzen in die Pigmente reinzumachen, dann habe ich Experimente gemacht und ein Jahr habe ich das experimentiert, aber es war ein Vollerfolg, dann war ich im verschiedenen Fernsehsensor und hier bin ich wieder. Ja, sagen Sie, wie lange halten Sie diese Stifte? Das halten etwa jetzt bis sieben Jahre, wir haben damals mit einem Doktor Renate gearbeitet in Chemie, aber das verrate ich nicht, meine Geheimnisse, das war patentiert und mein Ohrlieberrecht ist immer noch meins. Ja, sagen Sie, Sie sind der Einzige, der die Duftmalerei erfunden hat? Ja, wie ich weiß, ja klar, 1995 habe ich das entdeckt, dann 1996 war ich auf verschiedenen Sender und wir haben herausgefunden, dass ich war damals auch der Einzige, heute auch. Na, Brot, machen Sie auch Sand, Bodypainting und erotisierende Bilder? Ja, das mache ich auch, aber das ist eine ganz große Wissenschaft, man muss wissen, was für eine Haut, die Reaktion, die Chemie und so weiter, wenn die Chemie funktioniert, dann funktioniert alles. Wow, sagen Sie, es gibt ja überhaupt keine Literatur über Duftmalerei, wollen Sie es demnächst publizieren? Ja, das will ich, ich bin dabei, ein Buch zu schreiben, aber das hat nichts zu tun mit das Parfüm, sondern es hat zu tun mit Attila Boat, über meine Duftmalerei, es gibt keine Literatur übrigens darüber, aber es kommt. Und was sind Ihre nächsten Projekte? Meine nächste Projekte, mein Wunsch ist meine 80. Ausstellung und eine Vorführung mit dieser Pinselfingermalerei, die goldene Finger, in Einsatz für meine Publikum und für eine schöne Ausstellung mit Performance. Herr Boat, herzlichen Dank für dieses dufte Gespräch. Ja. Wir wünschen Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg und wir warten auf viele, viele Überraschungen. Vielen Dank. Bye.